Hallo meine lieben Zuschauer, meine lieben Freunde und neue Gäste, sag ich mal. Mein Name ist Sascha, unter dem anderen Sinn und Niemem Puanza Gaming. Ich werde für euch auf YouTube demnächst und speziell ab Januar viele neue Videos hochladen. Ich werde aktiv auf Twitch streamen, werde mir meinen Trauma erfüllen vom Streamen und vom Video produzieren und von allem was so dabei dazu gehört. Ich habe lange dafür gebraucht, um mir das ganze Equipment heranzuholen, habe dafür auch hart gearbeitet. Ich habe kein Profi-Equipment, aber zum Streamen und zum Videos hochladen reicht es. Ich will für euch da draußen produktive, lustige, unterhaltsame Videos machen und hoffe auf eure Unterstützung. Wir wechseln gerade mal ganz kurz auf den Bildschirm. Wie ihr seht, bin ich jetzt gerade, gut, ich habe mir Montana Blackwaves angeguckt, wie ihr seht. Wie ihr seht hier auch, ganz klar, noch nicht viel eingestellt. Im Profilbild habe ich gerade Probleme, kann andere Spiels hochladen, aber das geht irgendwie nicht. Das, wie ihr seht, wird auch jetzt mein erstes Video sein. Und, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Sprich, kommt gerne vorbei, wenn ich bei Twitch anfange zu streamen. Der erste Stream wird es tatsächlich am 1.1. geben. Gegen Abend rum, ich denke so 20, 20.30 Uhr. Ich werde natürlich weiterhin noch Werbung machen dafür. Und folgt mir auch gerne bei Instagram, folgt mir bei TikTok, es ist egal, ich werde alles verlinken. Mein Ziel ist jetzt auch, wenn es sich blöd anhört, ich muss mich erstmal ein bisschen jetzt bekannt machen. Ich muss euch bei euch vorstellen, ich muss mir ein bisschen was aufbauen, ein paar Follower, ein paar Abonnenten, ein paar Pimpapo. Ich muss ja, weil, bringt mir nichts, wenn ich jetzt einfach mache und habe ein, zwei Zuschauer. Und, ja, deswegen habe ich gedacht, bevor ich richtig bei Twitch anfange zu streamen, möchte ich euch erstmal auf mich aufmerksam machen. Und habe mir gedacht, das mache ich jetzt einfach mit einem ganz kurzen Video, ganz spontan. Wir haben jetzt 0.21 Uhr, ja, hier im Hintergrund seht ihr noch die Meckes-Tüten vom Abendessen. Ähm, deswegen, es war total jetzt spontan dieses Video. Mich würde es freuen, wenn ihr euch zu Ende angeguckt habt. Hab jetzt auch irgendwie keine Notizen oder mich irgendwie sonst vorbereitet. Deswegen ganz spontan mich einfach vorgestellt. Weil ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr mich ab Januar unterstützen würdet auf Twitch. Und, ähm, ja, es werden jetzt regelmäßig auch noch YouTube-Videos kommen. Wir werden auf Twitch, ähm, auf Videos reagieren. Äh, pass ich mich ganz euch an. Die, äh, Love-Challenge, äh, Twine Not to Love-Challenge. Oder einfach auf Videos reagieren, meine Meinung und sagen, wir werden, wir werden zocken, wir können COD, Cold War spielen, wir können Kampagnespiel spielen. Wie ihr wollt, da passe ich mich voll euch an. Wie gesagt, in erster Linie geht es mir jetzt darum, mich erst mal vorzustellen, dass ihr wisst, wer ich bin, was ich mache, ja. Also, mein richtiger Name ist Sascha. Das langt. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Mehr wollt ihr auch wahrscheinlich nicht wissen. Äh, ich bin verheiratet. Ich habe eine kleine Tochter. Äh, arbeite momentan auch noch nebenher. Deswegen werden die Streams eher abends kommen. Was, denke ich, bei euch nicht stören wird, ja. Ähm, gleich vorweg, kann ich euch sagen, werden anfangs auf Twitch natürlich eher so jeden Tag ein Stream kommen. Äh, das können wir dann später raus natürlich noch irgendwie variieren, weil, dass wir sagen, dann und dann kommt der nächste Stream. Aber, ab Januar werden jetzt erstmal die ganze, Anfang Januar Woche auf jeden Fall jeden Tag ein Stream kommen. Ähm, und ja, jetzt auf heute werde ich anfangen mit vielleicht Reaktionsvideos und wir werden, oder ein paar Gameplays hochladen. Wir werden es sehen. Äh, wie gesagt, als viel gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Äh, ganz ehrlich, aber ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Eine schöne Weihnachtszeit, weil wir haben jetzt den 20.12. wie gesagt, halb eins nachts. Und, äh, ja, ich wünsche euch schöne Weihnachtstage, schöner, ähm, schönes Neujahr, kommt drauf an, wie wir uns sehen, wie ihr das Video schaut. Ich will auch gar nicht groß Eigenwerbung machen. Wenn ich euch sympathisch rüberkomme und ihr wollt mehr von mir sehen, wir können viel lachen in Streams oder auf Aufnahmen, kein Problem. Abonniert mich gerne, liked das Video gerne, teilt es an eure Freunde. Ich verlinke Instagram noch und, äh, TikTok, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich bin hyped as fuck und würde mich freuen, wenn ihr ab Januar auf Twitch zuschauen würdet. In dem Sinne, sag ich's, tschö mit Ö.